Hallo, es kommt zu einer weiteren Folge Paladins. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt muss man schon schauen. Wir warten auf ein neues Spiel. Jetzt mal etwas Neues kommt, etwas viel Neueres. Das hat es sehr lange Zeit, es ist geladen hat Paladins. Jetzt, gut, welchen nehmen wir? Es sind übrigens jetzt alle verfügbar, wir können alle nehmen, auch Mann und ich nehmen, nehme ich mal den. Das Wochenende ist speziell, das sind alle verfügbar, können wir alle mal ausprobieren, alle Champions. Normalerweise muss man die ganzen Sachen freischalten, aber das Wochenende sind alle verfügbar und können alle durchspielen. Das Spiel gibt es übrigens kostenlos auf Steam. Könnt ihr mal schauen, Steam, Paladins, könnt ihr kostenlos runterladen. Es ist nicht so groß. Es braucht nicht so viel Speicher, plus die Grafik läuft richtig gut. Sollte auch richtig gut laufen. So, Androxus lädt wieder. Sie sind voll typisch, dass Androxus wieder lädt. Androxus ist ja der Ding, aber Rodro 1435 lädt. Komm, mach mal. So. Oh. Ja, die Schildkröte finde ich mega nice. Die ist sinnbar richtig nice, aber. Naja. So, was möchten wir uns ausrüsten? Ich denke, wir machen das hier. So. So. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Oh Mann, ich muss das mal ein bisschen austesten selber. Ich muss ja selber mal ein bisschen wegziehen. Also, was ist jetzt? Ach Mann, das kann ich gerade nicht. Wo kommen Sie dort oben? So. So. Komm, ich muss auch mal ein bisschen was machen. Wuh. 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 Ich denke, ich muss schön aufladen. das ist natürlich sehr gut glaube gewinnen aber gewinnen aber ich bin heute nicht so neuer ich glaube ich glaube das holen wir schnell dieses spiel ich bin da ein führer dreimal angreifen da kann sich unsichtbar machen okay das muss ich nicht aber gut das ist unser ich glaube die passende reichweite hier für das das ist noch mal hier das problem ist ich weiß nie wo die kommen die sind immer so für einen punkt und sind im capturen oder so so den habe ich gesehen jetzt aber auch jetzt kommt dann die spezial achten ok wir nehmen wir nehmen das hier so sehr gut gut so ja gut 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 Krog Ähnlich wie Krog So, das ist krank Shit Ich war noch nicht richtig geheilt Das ist nicht so eine gute Runde Das ist nicht so eine gute Runde So Wow, wir haben den noch gekillt Wow, krass Errungenschaft freigeschaltet Ja Ja, wäre halt wirklich nicht so gut Na ja In diesem Sinne meine lieben Freunde würde ich mich verabschieden wenn es gefallen hat in dieser Folge Paladins dann ach gut das ist immer noch so ach und machen wir auch noch eine Runde und wir auch noch mal eine Runde das ging jetzt wirklich schnell ich möchte mal die Schildkröte nehmen ich möchte mal die Schildkröte nehmen so komm Leute mach doch mal so endlich ich kann mir die Schildkröte ich kann mir die Schildkröte nehmen ok Okay, sie sind die F, wow, krass, oh, okay, das ist schon mal krass. Ich will das mal hier sein. Okay, ich weiß nicht, ob man es eigentlich geht, weil dann... Oh, wow. Ich weiß nicht, ob man es... Ich möchte mal einer mit den Ketten nehmen. Da muss auch ein gewissen Abstands-Dies sein. Oh man, die Kette funktioniert nicht. Auch hier hinten, das ist ein Gegner, auch den habe ich nicht gesehen. Okay, schade. Den habe ich nicht gesehen. Da kommen die Schülkröter angetanzt. Da sind die Schülkröter angetanzt. Untertitelung. BR 2018 Nice Ja, die Schildkröte geht Der muss ja auch mal spielen. Wie heißt der? Das ist der Döbri Okay, das ist der Rukus, okay Der muss ja auch mal spielen, der soll übelst geil sein Wow, so war und jetzt schon hier Kommt schon, kommt schon, yes Kommt schon, kommt schon, yes Boden nervt Oh, nice Woo Kommt schon, ach man Oh, doch noch einen gekriegt Wo ist dieser blöde Bahn? Das ist so blöd Aber eigentlich geht der Eigentlich geht der Die Schildkröte geht eigentlich gut Kommt schon, Panzer, Panzer, Panzer Panzer, Panzer Wow, krass Ja, von hinten kommt dieser Sollte ich auch mal rein getrauen Mal schauen, ob es geht Vielleicht schaffen wir es Nice, haben gewonnen So So In diesem Sinne meine Freunde Würde mich verabschieden Und sich von anderen Video-Vogelern lassen Daumen nachschauen Jetzt kommt der Abo nicht vergessen Bis bald Tschüss 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 Tschüss